Urdhva Namaskar Bhujangasana ist eine anstrengende Variation der Kobra. Es ist die Kobra mit oberer Grußhaltung. In der Kobra gibt die Handflächen zusammen, strecke dabei die Arme oberhalb des Kopfes aus. Diese Stellung ist sehr anstrengend für die Schultern, für den oberen Rücken und auch für den unteren Rücken. Eine gute Abwechslung, um deine Rückenmuskulatur noch stärker zu entwickeln.